Hi Regine, ich schicke dir heute ein Video und zwar, weil ich möchte, dass du Mitglied bei den Grünen wirst. Ich weiß, dass du ein politischer Mensch bist, dass du uns eigentlich immer gewählt hast und ich denke, dass du bei uns gut aufgehoben wirst. Mitglied bei den Grünen zu sein, heißt, du kannst dich einmischen, du kannst gewählt werden, kannst selber wählen auf Landes- und Bundesebene, du kannst die kommunale Politik mitgestalten und du hast nicht mehr das Gefühl, dass die Politik an dir vorbeizieht und du kannst dich überhaupt nicht einmischen. Also, überleg dir das, mit dir wird's was bei den Grünen, mach mit!